Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, hat Kooperationen seiner Behörde mit dem US-Geheimdienst NSA verteidigt. Die Zusammenarbeit erfolge nach Recht und Gesetz, so Maaßen in einer Stellungnahme. Der Norddeutsche Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung hatten berichtet, das Bundesamt für Verfassungsschutz habe Daten aus Deutschland geliefert und im Gegenzug Informationen und Spionagesoftware aus den USA erhalten.